Ramon Untersander, du bist wieder zurück nach ungefähr zwei Monaten Verletzungspause. Heute ist der erste Spiel gegen Genf-Servet, wo er nach sieben Minuten in Rückstand geraten hat, mit 0 zu 2, nachher aber sukzessive zurückgekämpft hat. Und am Schluss sehr schade, dass er die Partie nicht gewonnen hat. Ich denke, es war ein relativ unglücklicher Star, aber das Team hat wirklich viel Charakter gezeigt und gut zurückkämpft in diesem Spiel. Ich denke, am Schluss sind wir sehr schlecht bedient. Ich denke, wir hätten den Siegerfeld verdient. Im dritten Drittel hatten wir sehr, sehr viele Chancen. Das Glück müssen wir irgendwie erzwingen können. Der Siegestreffer des Schimecknatter, der Konter von Plus, war auch ein wenig Pech im Spiel, oder? Ja, natürlich ist es ärgerlich. Und ja, es ist 50-50 Schance, oder? Ein Breakaway. Plus ich habe noch nie gemacht. Und ja, dann haben wir die andere Seite nicht bekommen. Und das ist Hockey, ja. 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 Ja, ja. Ja. Ja.